Ja komm her, Musik machen. Komm, wir machen Mucke. Komm, Alter, wir werden die Fassel zum Rapper. Film, 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 ey, lass mich los. Hier ist mal eine Banane oder so. Jetzt will der schon wieder ins Badezimmer. Geil, geil, ich hab da Fensterreiniger und Bleiche und Seife. Sieh mal meine coole Farbe. Sieh mal meine Farbe an. Sieh mal, wie cool ich heiße. Total toll. Fick, das war der Fallschreck. Netti. Du sollst ja auch in der Couch verstecken. Okay, so. Willst du nochmal der Vater sein oder wieder das Baby? Boah, das war echt anstrengend, Jungs. Nochmal Vater, nochmal Vater. Einmal noch Vater. Wart mal, aber ich hab jetzt eine gute Idee. Ich werd jetzt gleich mal in die Garage laufen und mit seines neuen Fahrzeug eine Runde drehen. Keiner fasst meinen Rasenträger an. Doch, ich. Aber wenn man die Map erstmal kennt, ne, dann geht das viel zu schnell, find ich. Ist voll schade. Ja. Rote Farbe, weiße Farbe, blaue Farbe. Ja, wer furzt da die ganze Zeit. Boah, das kann ich furzen, naja. Kann ich die Karre auch starten? Daddy. Nee, warte mal, ich will gerade mal was ausprobieren. Nee, Daddy, komm mal in die Küche. Nee, guck mal, man kann, man kann im Auto, man kann die Handbremse lösen, man kann den Gang einlegen. Tati, Tati, komm mal in die Küche, Tati. Tati, komm mal in die Küche schnell. Ja, warte. Lol. Wo tankt man den Bock? Daddy, Daddy, sind die Herdplatten, gucken wo man den Wagen tankt. Sind die Herdplatten heiß? Chill doch mal kurz, ich will auf dem Wagen tanken. Boah, es lag gerade extrem, ich weiß nicht, wieso. Ja, nicht nur bei dir. Hab schon aufgehört, hab schon aufgehört. Sorte, guck mal, was die Herdplatten für eine schöne Farbe haben. Wenn du ein Spiel spielst und dir enormt die scheiß Tür, fass er aus. Oh, herzlatt die orange Farbe. Nein. Heiß, heiß, heiß. Stirb. Tschüss, Daddy. Ich mit Auto fahren. Jetzt aber. Wir beide fahren jetzt erstmal zum Tierarzt, komm her. Willst du mich verarschen? Wie so eine ranzige Kakerlacke ab und auf. Das ist ja, what the fuck. Daddy, ich bin draußen. Daddy, guck mal, wo ich bin, Daddy. Daddy, komm mal durch die Küche. Hi. Wow. Lol. Daddy, Daddy, ich bin doch ein Bra. Er will mich in den Müllkühl werfen. Willst du hin? Willst du hin? Ich komme gefälligst her, wenn ich dich schon wegschmeißen will. Ich glaube, Sack. Wieso kann ich dich da nicht reinschmeißen? Jetzt meinst du, du bist safe. Zeig mal, Selle, was du für ein guter Vater bist. Die guckt sich das gerade an. Dann zeig ihr mal, wie du mit Blacky umgehst. Ich stehe auf dir. Ich stehe auch auf dich. Daddy, kann ich meine Freunde? Du kannst ein bisschen raus und rumrennen. Ja, Hundischeiße fressen. Danke, Daddy. Tschüss, Daddy. Dein Ernst? What the fuck? Daddy, lass mich los, Daddy. Nö, warum? Daddy, lass mich los. Bitte lass mich los, Daddy. Daddy. Daddy, komm. Oh. Ja. Mann. Okay, will jemand anderer jetzt der Vater sein? So, meine Lieblie. Custom. Wir machen mal eine Runde. Hunger Games. Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es gleich sehen. So, seid ihr da? Okay, ich drücke Start. Ich drücke die Start-Taste. So, ich bin mal gespannt, was die Hungerspiele jetzt sind. LOL. 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 Du bist in die Fresse, ihr Fotzen, Alter. Alle auf dem mit dem Hut, alle haben fucking Typ, der mit der Mütze. LOL. Au, au, au! Hey, wo ist denn Schorsch mit der Mütze hier? What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Äh... Wieso schreit das bald? Ah, okay. Alles klar. Ah! Ich bin tot! Dein fucking Ernst? Ich schau die in die Fresse, wenn ich dich seh. Boah, wer brennt denn da, Alter? Das bin ich! Ich bin tot! Komm her, du Sackratte! Komm her! Komm her! Ich geh einfach mal was! Bitte nicht doch! Ich werd das jetzt verlegen! Was kann ich runterkommen? Hau das in deine Fresse! Komm her! Ich wusste, dass du Rita Spinnen gefressen hast! Das war nicht der Hund! Das warst du! Hau das in deine Fresse! Hau das in deine Fresse! Hau das in deine Fresse! Karte! 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 Äh... Äh... Was sieht jetzt jetzt los? Du bist tot. LOL! Hau das in deine Fresse! Hau das in deine Fresse, oder? Ja! Ja Mann! Ich fühl das einfach nur behindert. Es ist einfach nur behindert. Müssen sich alle umgucken. Ich habe gestört. Komm, 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 komm. Nice. Oh mein Gott, eine Giftwolke. Fuck, eine Giftwolke. Boah, ich habe voll den Grafikfehler hier. Nee, das ist eine Giftwolke. Ja, Grafikfehler. Alles violett. Bist du wieder tot? Ja, das ist eine Giftwolke. Suck, game. Oh, süßes Drecksgerald. Keine Ahnung. Wie es auf einmal ruhig wird. Nein. Hi, du Muschi. Okay, wie geht das? Ich muss mich holen. Ich habe keine Waffen. Wie kann man die behinderte Wasserpistole weglegen? Gar nicht. Wer ränzt denn da voll ab? Doch, habe ich. Da taunt dir eins voll ab. Richtiger Zappel, Philipp, Alter. Was ist das los? Ich habe gewonnen. Wie ist das? Wo warst du am Sterben? Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Und dann würde ich sagen, wo warst du das schon wieder? Und dann? Oh, jetzt in der Küche. Nee, doch nicht. Ich bin Schlagstock. Ich hole mich so in die Fresse breit. Na komm, wieso kann man noch nicht da ist? Ich bin wieder tot. Ah, leck mich. Sex Game. Ja! Lol, wie hast du... Hunger Games könnte ich knicken. Ich bin wieder infam. Ich bin wieder zu lassen. fouб Debsar. Es courtieren。 Vielen Dank.